Hi! Schön, dass du eingeschaltet hast zu meiner Videoreihe Diamond Painting für Anfänger. Schnick, schnack, schnick, schnack. Mit dieser Videoreihe würde ich mich ganz gerne meinen neuen Zuschauern widmen. Ja, ich habe in letzter Zeit und natürlich auch über die ganze letzte Zeit so einige neue Zuschauer dazubekommen. Und ich glaube, so langsam wird es Zeit, auch euch neuen Zuschauer abzuholen. Denn ich muss natürlich davon ausgehen, dass nicht jeder von euch schon Diamond Painting kennt. Und somit ist es natürlich auch vielleicht genau für dich interessant, hier ein paar Dinge zu erfahren. Was ist eigentlich Diamond Painting? Warum macht man das? Wie macht man das vor allem? Und was gibt es da so für Tipps und Tricks, die ihr vielleicht noch nicht kanntet oder du noch nicht kanntest? Und das würde ich gerne in dieser Videoreihe mit dir behandeln. Kurz zu mir, ich bin Tini. Ich mache Diamond Painting seit Januar 2020. Ich muss sagen, ich war wirklich sehr, sehr, sehr schnell infiziert und süchtig. Und in den letzten, ja quasi vier Jahren, viereinhalb Jahren mittlerweile, konnte ich natürlich auch ganz viel Erfahrung rund um dieses Thema sammeln. Und mir auch den einen oder anderen Trick aneignen. Und es wäre natürlich super schön, den an dich weiterzugeben. Und deswegen hoffe ich, dass du dem Kanal auch ein Follow da lässt, einen Daumen nach oben. Und gerne, wenn du Fragen hast, schreib sie in die Kommentare. Ich versuche dann in dieser Videoreihe immer wieder darauf einzugehen und gerne eben auch die Fragen und Sorgen eines Anfängers zu beantworten. Weil ich muss wirklich zugeben, manchmal verliehe ich das selber aus dem Blick. Und ich merke auch, wenn ich so eine Story drehe, dass ich dann vielleicht eben schon mit so viel Fachwissen um mich haue. Und wahrscheinlich einfach davon ausgehe, wer mein Video sieht, der wird schon wissen, was wir hier machen. Aber eben drum gibt es natürlich auch genug Leute, die das nicht wissen. Ja, genau. Und deswegen hast du Fragen, dann immerher damit. Und ich versuche dann da auch richtig schön drauf einzugehen. Und vielleicht kriege ich davon auch ein paar Inspirationen. Und denke so, ach siehst du, guck mal, die Frage, da habe ich ja lange nicht drüber gesprochen. Also, das wäre sehr cool. Immerher damit. Und natürlich auch für meine ganzen anderen Schnuckis, die schon seit Ewigkeiten meine Videos verfolgen. Wenn ihr natürlich auch Fragen habt, sind die auch herzlich willkommen. Denn es tun sich immer wieder neue Fragen auf bei diesem Hobby, oder? Es gibt immer wieder neue Gedanken, die man dann hat. Und dann denkt man so, hm, was kann man da eigentlich mitmachen? Oder wie geht das eigentlich? Oder was ist das eigentlich? Also, immerher damit. Gut, wir starten jetzt mal von Anfang an. Okay. Also, nimm mir mal an, du hast in meinem Shop www.dinischnickschnack.de ein Bild bestellt. Ich habe in dem Fall jetzt einmal ein Schnubbi-Bild ausgesucht. Das ist nämlich jetzt mein neuestes Projekt, das ich dann in den Tagebuchteilen, die ihr auch bei mir auf dem Account findet, behandle oder paintle und dann immer wieder zeige. So, jetzt stecke ich hier im Karton fest, kriege aber jetzt das Bild nicht raus. Da ist das gute Stück und es ist, finde ich, auch ziemlich praktisch für den Anfang. Ich muss sagen, ich habe damals mit einem großen Bild gestartet, das war 50x50 Zentimeter groß. Ich habe es ausgepackt und habe gedacht, ach du Scheiße, das war so heftig. Ich war mir gar nicht bewusst, wie klein diese Steine eigentlich sind, denn da durch die Kamera, wenn man so ein Video sieht, dann sehen die immer riesig aus, aber die sind wirklich winzig. Und ich war komplett überfordert und habe gedacht so, ach Gott, so eine riesige Leinwand, so viele Steine, um Himmels Willen, also es waren 40.000, um genau zu sein, wie und wann soll ich die denn alle kleben, bitteschön? Ja, egal. Ich habe dann angefangen und habe auch tatsächlich mein Bild zu Ende gebracht. Es hat natürlich eine ganze Weile gedauert. Ich glaube, ich habe bestimmt acht Wochen gepaintet oder so. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Aber es hat sich gelohnt und es hat so viel Spaß gemacht, dass ich dann nicht mehr aufhören konnte. Ja, deswegen sage ich, also wenn du unsicher bist mit dem Hobby und denkst, naja, ich weiß nicht, ich habe echt keine Geduld und so, dann fang vielleicht erst mit was Kleinem an. Es gibt zum Beispiel Sticker oder Schlüsselanhänger, da kann man wunderbar mit starten. Dann hat man auch nicht so einen großen Verlust, wenn man sagt, okay, das Hobby ist nicht meins. Dann hat man nicht so viel Geld investiert und ist dann vielleicht nicht ganz so traurig. Ansonsten, wenn man vielleicht schon so ein bisschen Berührungspunkte mit dem Hobby hat und denkt, okay, ja, jetzt wage ich mich mal an so ein Bild. Den Schlüsselanhänger und den Sticker habe ich schon gepaintet. Und dann kann ich euch diese Größe empfehlen, 25 x 25 cm, wie gesagt. Und da kann man sich dann für den Anfang erst mal dran austoben. Hier siehst du das Bild schon mal ausgebreitet. Das Motiv ist von der lieben Schnubberella von der Isa, die malt ganz süße, kleine Tierchen. Es ist wirklich so putzig. Und wir haben bei dem Bild 33 Farben. Es sind zwei AB-Farben mit dabei und vier mal Fairy-Dust-Steine. Was diese ganzen verschiedenen Steine eigentlich sind und wie die aussehen, das werden wir in den nächsten Videos auf jeden Fall noch bearbeiten, bearbeiten, thematisieren, wie auch immer. Das verrate ich dir noch alles. So, auf jeden Fall bekommst du, wenn du bei mir ein Bild bestellst, einmal die Leinwand, dann natürlich noch alle Steine mit dazu, je nachdem, was du für Steinchenform ausgewählt hast, runde oder eckige. In dem Fall sind das jetzt eckige Steine und es sind Hartsteine. Und ein Standard-Toolkit. Und das packe ich dir jetzt auch einmal aus. In der Regel habt ihr in dem Toolkit folgendes Zubehör. Einmal eine Pinzette. Die kann man auch mal ganz gut gebrauchen, wenn man jetzt irgendwo was auf dem Bild hat, was man runterbekommen möchte. Es gibt auch einige Leute, die sehr gerne mit Pinzetten painten. Deswegen ist die als Zubehör auch mit dabei. Andere wiederum, oder ich würde fast behaupten, die meisten benutzen aber den Standardstift, den mitgeliefert haben. Der hat auch meistens noch zwei Aufsätze mit dabei. In dem Fall haben wir hier einen Dreier-Mehrfach-Aufsatz. Das bedeutet, du kannst drei Steine gleichzeitig setzen oder eben mit der Einzelspitze immer ein Steinchen. Und hier ist auch noch ein Mehrfach-Aufsatz mit dabei. Das müsste jetzt ein Achter sein. Ich kann das hier gerne mal ranhalten und testen. Zählen wir doch mal nach. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Das ist sogar ein Zehner. Seht ihr? Guckt an. Aber ich sage mal so, ein Zehner-Aufsatz, da braucht man wirklich Übung für. Und der ist für Anfänger jetzt nicht so gut geeignet. Aber da gehe ich auch noch mal gerne in die nächsten Videos drauf ein. So, dann haben wir einmal ein Schiffchen. Da kommen die Steine rein, die ihr dann gerade paintet. Und ihr habt ein Döschen mit Wachs. So, ich zeige dann gleich noch mal die komplette Vorbereitung, was man machen muss, damit man loslegen kann. Und gerne erkläre ich auch gleich, wie ihr dann die Steine anwendet. Merkt man, ich switche die ganze Zeit zwischen Du und Ihr hin und her. Ich wollte dieses Video doch am liebsten nur in der Du-Form drehen. Wie kriegt es nicht hin? Ich gebe wieder, geht das Du, Ihr, Er, Sie, Er ist. Ach, was weiß ich. So, also, das Wachsplättchen, ganz wichtig, hat immer noch eine Folie oben drauf. Die solltet ihr natürlich beiseite machen, denn sonst bekommt ihr das Wachs nicht in den Stift. Ich mache die Folie jetzt dafür mal einmal ganz ab. Das lässt sich dann besser zeigen. So, dann nimmst Du Dir den Standardstift und startest am besten wirklich erstmal mit dem Einzelaufsetzer. Und, also, okay, was musst Du machen? Einfach nur die Spitze hier in das Wachs einmal reindrücken, bisschen drehen und wieder rausholen. Und schon ist das Wachs in der Spitze drin. Und das brauchst Du auch, damit Du die Steine gleich aufnehmen kannst. Ich empfehle immer nochmal, die Folie wieder drauf zu machen. Einmal das Wachs zurück ins Döschen zu machen. Das soll ja auch lange genug halten. Wenn Du nicht gerade AB-Steine paintest, dann reicht dieses Wachs wirklich ewig. Du merkst zum Beispiel, wenn die Steine ein bisschen schlechter halten, dann wird es Zeit, nochmal Wachs nachzuladen. Du kannst entweder nochmal neu ins Wachs reinpicken oder fummelst mit einem Pinzett das alte Wachs raus und packst nochmal komplett alles neu. Beides funktioniert ganz wunderbar. Und wie gesagt, man muss nicht so oft Wachs wechseln. Das hält eigentlich ziemlich lange. Dann haben wir hier die schönen Steine. So, da ist natürlich auch die Frage, lieber eckig oder lieber rund. Anfänger fangen gerne mit runden Steinen an. Ich habe damals mit eckigen Steinen gestartet. Wenn man jetzt natürlich die Bilder vergleicht, mein erstes und die Bilder heute, dann war mein erstes wirklich eine Katastrophe. Schief und krumm. Und auch die Übung mit dem Mehrfachaufsatz kommt wirklich erst mit der Zeit. Also verlangt da nicht so viel von euch. Es ist nicht schlimm, wenn es am Anfang ein bisschen schief ist. So, aber wenn ihr jetzt startet, dann ist natürlich auch die Frage, wo fängt man denn an? Ich persönlich, ich bin Linkshänder und ich paint am allerliebsten von unten links nach rechts. Warum? Wenn ich jetzt hier auf der Seite anfangen würde, dann habe ich die Folie hochgeklappt und komme beim Painten immer wieder mit der Hand auf die Klebefläche. Das nervt total, macht überhaupt keinen Spaß. Und wenn wir dann in der anderen Ecke anfangen, dann hast du wirklich so, du liegst mit der Hand nur auf dem gepainteten. Du kannst die Steine wunderbar absetzen. Das geht natürlich auch, wenn man von oben anfängt. Aber mir fällt das total schwer, die Steine so anzusetzen. Ich finde es leichter, die Steine so anzusetzen, draufzukleben. Oder ich mache es am liebsten sogar immer noch so senkrecht. So komme ich am besten voran. Das klappt bei mir am allerbesten. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, da muss man sich ein bisschen durchfummeln und gucken, was einem am besten liegt. Ich glaube, da gibt es nicht so richtig eine Empfehlung. Das ist ein Selbstfindungsprozess, sagen wir mal so. Und ich denke, da hast du den Kniff ganz schnell raus. Gut, jetzt weißt du, dass ich von unten anfange und von links nach rechts. Das heißt, ich suche mir jetzt erst mal diese Steine raus zu diesem Symbol. Das ist ja schon mal relativ einfach. Wir sehen hier unten, das ist dieses Symbol. Und dahinter steht die 33 oder in dem Fall natürlich davor. Das bedeutet, wir brauchen, dreimal darfst du raten, Tütchen Nummer 33. Alle erfahrenen Painter unter uns wissen ganz genau, das ist Abi Weiß. Also nicht das Symbol oder die Zahl, sondern an dem DMC-Code wissen natürlich die langjährigen Painter schon ganz genau. Die 5200 AB ist immer weiß und in dem Fall AB, die Steine mit der besonderen Beschichtung. Da gehe ich, wie gesagt, nochmal ganz ausführlich drauf ein in einem anderen Video. Beziehungsweise ich kann es euch jetzt hier schon mal erklären an den Steinen, aber was es sonst noch für Steine gibt, da mache ich ein gesondertes Video. So, du weißt jetzt also, dass du dieses Tütchen brauchst. Ich empfehle dir jetzt noch unbedingt, schneid die Tüte mit einer Schere ab. Wenn du sie freihändig abreißt, auch wenn hier so schon was vorpräforiert ist, kann es passieren, dass du schon in die nächste Tüte aus Versehen reinschneidest ja nicht, weil reinreißt. Reinreißt ist das richtige Wort. Und dann hast du schon eine Tüte offen, die du noch gar nicht offen haben möchtest. Deswegen immer eine Schere benutzen. So, da haben wir das Tütchen, was wir brauchen. Jetzt schneide ich mir das einmal auf und dann mache ich mir ein paar Steine hier in das Schiffchen. Zum Thema Aufbewahrungsmöglichkeiten für die Steine kommen wir auch in einem anderen Video, denn das wird jetzt hier viel zu lang und ich glaube, du wirst jetzt wirklich erst mal die grundlegendsten Basics wissen und zwar, wie man denn überhaupt paintet. Kurz die Information zu AB-Steinen. Das sind die ganz normalen Steine und die AB-Steine, die haben eine besondere Beschichtung obendrauf. Ihr seht sofort den Unterschied, die glitzern und glänzen und glimmern so krass. AB ist die Abkürzung für Aurora Borealis und das bedeutet Polarlichter. Dementsprechend ist diese Beschichtung auf den Steinen dem Schimmer der Polarlichter nachempfunden und sieht einfach mega schön aus. Ich kann euch aber erklären, AB-Steine sind Fluch und Segen zugleich. Das ist ungefähr so, wer schön sein will, muss leiden. Sie legen sich wirklich sehr, sehr nervig. Das liegt daran, dass die Beschichtung gefühlt die Klebkraft aus dem Wachs zieht. Das heißt, ihr legt drei Steine und danach halten die nicht mehr am Stift, weil einfach die Beschichtung da so gnadenlos ist und das Wachs stumpf macht. Und ja, da gibt es auch so ein paar Tricks und Kniffs, wie man da trotzdem gut AB-Steine painten kann. Auch da würde ich gerne nochmal in den nächsten Videos drauf eingehen wollen. So, jetzt aber haben wir frisches Wachs in der Spitze und können dementsprechend hier auch ganz einfach loslegen. Vielleicht hast du dich am Anfang des Videos schon gewundert, warum hier sowas komisches da auf dem Schreibtisch liegt. Das ist ein sogenannter Coverminder und den kannst du bei mir im Shop zu jedem Bild passend mit dazu bestellen. Der dient übrigens zum Beschweren. Und kurzer Tipp, wenn du mit deinem Bild startest, egal wie groß es ist, bitte entferne die Schutzfolie niemals komplett von deiner Leinwand. Denn dieser ganze Painting-Prozess dauert eine ganze Weile und wenn die Leinwand nicht mehr geschützt ist, dann kann ganz leicht Dreck und Staub drauf fallen und dann klebt die Leinwand leider nicht mehr so gut. Deswegen nimmst du die Folie beiseite, schnappst dir einen Coverminder und legst ihn auf die Folie, damit sie dir beim Painten nicht immer wieder auf die Fläche zurückklappt. Jetzt liegt sie gerade einmal so, aber normalerweise ist es wirklich so, dass sie dann immer, wenn du sie wegmachst, wieder zurückschnippt und dir aufs Bild fällt. Das ist super nervig. Und natürlich dient so ein Coverminder natürlich auch der Schönheit und es hat so einen kleinen Sammelfaktor und viele, viele von euch lieben die Coverminder. Sie sind übrigens auch magnetisch, man kann sie also anschließend auch sehr gut für den Kühlschrank zum Beispiel benutzen, um da irgendwelche wichtigen Notizen dran zu heften. So, also jetzt starten wir auf. Im Prinzip ist das natürlich jetzt ganz einfach. Du schnappst dir einfach ein Steinchen und ich zoome mal ein bisschen dichter ran, klebst es einfach auf die Leinwand. Zack und das war es schon. Und so arbeitest du dich jetzt einfach das komplette Bild voran und wenn du dann richtig schön dran geblieben bist, hast du am Schluss ein richtig tolles Ergebnis und im schlimmsten Fall bist du dann plötzlich süchtig. Das ist wirklich nicht abwegig, denn viele, die mit dem Hobby anfangen, können danach einfach nicht mehr aufhören. Es ist wirklich ein Gefühl von Entspannung. Es ist meditativ. Also wenn du erst mal angefangen hast, so painting und einmal gespürt hast, was das für eine Ruhe in dich bringt und wie einfach der Kopf ausschaltet, dann glaube ich, willst du das Gefühl immer öfter haben und dann paintest du einfach immer weiter. Also so geht es mir, so geht es ganz für den anderen und ich kann mir vorstellen, dass es dir vielleicht ähnlich ergeht. Und ja, so ist das. Wenn du natürlich jetzt ein paar Steine gesetzt hast, du wirst sehen, auch gerade bei den eckigen Steinen, dass man vielleicht nicht immer ganz gerade ist. Wichtig ist wirklich ständig zu korrigieren. Da kannst du einfach auf den Steinen draufgehen und ein bisschen hin und her schieben und das alles wieder in die Spur bringen. Das sieht man hier, wenn ein paar mehr Steine liegen, dass es doch vielleicht an der einen Ecke oder anderen Ecke schief ist. Also einfach immer noch mal ein bisschen nachkorrigieren, das kann nicht schaden. Und auch den Profis passiert es immer wieder, dass man schief ist zwischendurch und glaube mir, auch die Profis sind kontinuierlich am Korrigieren. So, jetzt überlege ich gerade, ob ich alles Wichtige schon erwähnt habe, aber mehr fällt mir jetzt auch gerade im Moment nicht ein für das erste Video. Ich glaube, dass wir da schon ein paar wichtige Sachen gerade besprochen haben und ich hoffe, dass das Video dich ein bisschen schlauer gemacht hat. Ich kann dir empfehlen, gerne, wenn du meinen Kanal jetzt neu gefunden hast, guck dir auch gerne meine Tagebuchteile an. Da kannst du immer so einen schönen Wochenrückblick sehen, was ich dann so die ganze Woche treibe. A, hier am Schreibtisch mit meinem Bild und B, auch in meinem Shop in der Halle. Da bekommst du einen wunderbaren Einblick hinter die Kulissen und kannst mal so schauen, was da so täglich abgeht. Der alltägliche Wahnsinn. Es ist wirklich krass, ne? Also ich glaube, mehr Transparenz kann man gar nicht haben. Ihr kriegt bei mir auch wirklich mit, oder, Entschuldigung, nein, du, ich wollte du sagen. Du kriegst bei mir natürlich auch mit, was auch so schief gehen kann, wenn man so einen Shop hat und eben auch Ware bestellt. Es läuft nicht immer alles rund, ne? Das ist auch ziemlich interessant. Ja, also, wenn du jetzt noch Fragen hast, schreib sie mir gerne in die Kommentare. Und ansonsten freue ich mich über ein Abo. Und gerne kannst du mich auch auf meinen ganzen anderen Kanälen stalken. Du findest mich auf Instagram, auf Facebook und auf TikTok. Also eigentlich bespiele ich alle Kanäle, die man so kennt. Und ich heiße auf allen Kanälen gleich. Entweder nur Teenie Schnickschnack oder noch Teenie Schnickschnack.de hinten dran. Aber sobald du Teenie Schnickschnack eingegeben hast, werde ich dir eigentlich überall dort angezeigt. Ja, und meinen Shop findest du unter www.teenie-schnickschnack.de. Da kann man übrigens auch einen Newsletter abonnieren und verpasst dann richtig tolle Aktionen nicht, ne? Es gibt bei mir auch öfters mal Prozentrabattaktionen. Also, wenn du den Newsletter abonnierst, dann bleibst du auch immer auf dem Laufenden. Und kleiner Tipp auf Instagram ist immer richtig viel los, ne? Gerade in der Instagram-Story, da teile ich jeden Tag alles Mögliche. Und da lohnt es sich auf jeden Fall auch, vorbeizuschauen. Gut, in diesem Sinne, dann danke ich dir fürs Zugucken. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren von diesem tollen Hobby und ich sage Tschüss!